Hallo leise laute Menschen und herzlich willkommen zu Tag 4 von unserem Videoblog hier vom Chiemenseesummer. Gestern war ein wunderschöner Tag, das seht ihr nachher alles noch in unserem nächsten Video. Und heute spielen wirklich die Do-Nuts. Ich war gestern Morgen tatsächlich sehr verpeilt und es spielen auch noch Deichkind und Frittenbude und Chuck Regan. Ich freue mich so auf Chuck Regan, den mal wieder zu sehen. Und Augustines, die habe ich beim Summer's Tale vorletzte Woche gesehen. Das war auch schon großartig. Die gucke ich mir gleich auch noch mal wieder an. Aber es sind ja nicht nur Bands hier, sondern wir haben auch hier ganz liebe Zeltnachbarn und das sind nämlich die Lea und der Janik. Hallo. Hallo. Und da satze ich mich jetzt mal zu. Hallo. Hallo ihr zwei. Hallo. Und wie sieht es bei euch so aus bis jetzt festivaltechnisch? Alles gut überstanden? Ja, alles gut überstanden. Ja. Also ich lerne ich halt, wenn es sonst in die Zeit reingeregnet hat, leider. Aber sonst war alles ziemlich cool. Was war bis jetzt so euer Highlight? Graf Club auf jeden Fall. Das war sehr cool. Ähm, ja, ich war bei einem Ayurie Revolte war sehr geil. Ja, suchen wir in dem Fall nicht so. SDP war auch. Finde ich voll gut. Ja. Und ihr wart hier auch schon schwimmen, ne? Genau. Ja. Im Chiemensee. Es ist zwar ein bisschen erfrischend kalt, also es heißt 21 Grad, aber es geht trotzdem viele rein, ja. Sehr klar. Sogar sauber wie am Bodensee bei uns. Ja, weil meine Lea und ich, also wir wollen nämlich, glaube ich, morgen, morgen fahren wir an den See. Mal schauen, vielleicht ob es uns dann auch so kalt ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, und übrigens, Janik bringt uns hier jeden Morgen ganz, ganz lieb die Zeitung, weil das Festival hat tatsächlich eine eigene Tageszeitung. Das finde ich ziemlich cool. Da ist dann so, ja, immer, sind dann eben die Highlights vom Tag so mit drin und ein Wetterbericht. Der sieht für heute sehr gut aus. Und ein paar Interviews und eine schöne Kolumne von, von Camp FM. Ähm, sehr zu empfehlen. Und natürlich dann eben das Programm für den Tag. So. Ja, dann, ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag und euch noch ganz viel Spaß. Einen schönen dir auch. Genau. Und ihr seht jetzt die Bilder vom Tag. Bis dann! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.